Wenn man sich selbstständig machen möchte oder irgendeine Art von Projekt startet und dann irgendwas vermasselt, fühlt man sich meistens so richtig schlecht. Man denkt, warum können das alle anderen so perfekt und bei mir scheitert das, warum mache ich jetzt diese ganzen Fehler, während andere schon ganz erfolgreich sind, ganz viel Geld verdienen. Und ich glaube, man vergisst manchmal, dass es anderen auch so geht. Gerade vielleicht auch durch Social Media, wo alle ja immer nur so das Positive, das Tolle in den Fokus rücken. Dann denkt man schnell mal, man ist ganz viel schlechter als die anderen. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht so sein, dass immer alles so pictureperfekt aussieht. Deswegen werfen wir heute mal einen Blick hinter die Kulissen und sprechen mal über Businessfehler, die ich im Laufe meiner Selbstständigkeit bisher gemacht habe. Einerseits, damit du natürlich denken kannst, hey, die mache ich nicht so, die mache ich anders und einfach von mir lernen kannst. Aber auch, um dir vielleicht einfach so ein bisschen Mut mit an die Hand zu geben, dass Fehler jedem passieren, dass das ganz normal ist auf dem Weg. Und dass das Wichtige einfach ist, dass man sich davon nicht abschrecken lässt, sondern halt kurz vielleicht mal einen Dämpfer hat und dann denkt, hey, komm, okay, ich mache jetzt weiter. Geht schon irgendwie, wie kann ich das Ganze jetzt lösen? Und dann einfach Durchhaltevermögen an den Tag liegt. Über dieses ganze Thema Durchhaltevermögen habe ich ja schon ausführlich auch in einem meiner letzten Videos gesprochen. Das verlinke ich dir sonst hier oben, weil da ging es darum, wie du mit deinem Online-Business endlich Geld verdienen kannst. Aber heute, wie gesagt, geht es mal um Fehler, die ich gemacht habe. Falls du neu auf diesem Kanal bist, ein kurzes Hi, ich bin Isabel. Ich bin mehr oder weniger seit 2020 Vollzeit selbstständig und habe mir mittlerweile eine Selbstständigkeit aufgebaut, von der ich auch wirklich leben kann. Was ja am Anfang ein bisschen schwerer ist, als man oft denkt. Mittlerweile gebe ich ganz vielen tollen anderen Menschen hier mit dem Inhalt auf meinem YouTube-Kanal, aber auch mit meinem Projekt Was, wenn es klappt, einer Business-Community für andere Selbstständige ganz viel hilfreichen Input, ganz viel Motivation, um sich selbst selbstständig zu machen, um an dem eigenen Projekt zu arbeiten, um Mut zu haben, um in den Austausch mit anderen zu kommen, um Gleichgesinnte zu finden. Also all das gibt es hier in meinem Universum. Falls das für dich relevant ist, schau dich gerne mal ein bisschen auf meinem YouTube-Kanal um oder guck dir mein Projekt Was, wenn es klappt, die erwähnte Business-Membership gerne mal an. Den Link findest du in meiner Infobox. Jetzt sprechen wir aber mal über Fehler, die ich begangen habe und outen mich hier mal ein bisschen heute. Als ich das Skript für dieses Video geschrieben habe, habe ich mir auf dem PC erst so ein bisschen oberflächliche Sachen runtergeschrieben, wie ich habe mir keine Hilfe dazu geholt und dann habe ich irgendwann gedacht, dieses YouTube-Video wäre irgendwie mit jedem Blogartikel, der da draußen schon existiert, wahrscheinlich irgendwie zu ersetzen. Und ich dachte, das, was ihr auf diesem Kanal ja wollt oder wofür ich diesen Kanal auch ins Leben gerufen habe, ist, dass man ja wirklich von einer Person ganz individuelle Tipps, Learnings, Erfahrungen mit auf den Weg bekommt. Und deswegen habe ich wirklich mal überlegt, hey, was sind ganz konkrete Sachen, die ich falsch gemacht habe? Und wir gehen jetzt in diesem Video mal auf ein paar von denen ein. Wenn du möchtest, dass ich dazu in Zukunft mehr Content mache. Ich habe auch noch ein Riesenthema jetzt aus diesem ganzen Video mal rausgelassen, was so die Arbeit mit Kunden betrifft, weil ich da so ein paar Fehler mit Sachen Zielgruppe gemacht habe. Falls du das auch noch sehen möchtest, schreib das super gerne in die Kommentare. Heute starten wir erst mal ein bisschen mit dem ganzen Fehlerthema. Aber wenn du magst und konkret auch vielleicht Fragen hast zu gewissen Bereichen, schreib die super gerne in die Kommentare. Dann kann ich da in Zukunft noch mal ein bisschen mehr Input zu geben. Fangen wir mal mit einem kleineren, etwas banaleren Fehler an, der mir aber so einige Stunden an Arbeitszeit gekostet hat. Wenn du mit Videocontent arbeitest, das heißt, wenn du vielleicht einen YouTube-Kanal hast oder einen Online-Kurs gerade erstellst, lösch nicht frühzeitig deine Projekte im Bearbeitungsprogramm. Ich habe das früher immer so gemacht, dass ich halt irgendwie mein Video bearbeitet habe. Dann habe ich das exportiert. Ich nutze dafür Final Cut Pro, aber dafür gibt es auch iMovie oder je nachdem, mit was du arbeitest als Schnittprogramm. Und habe das dann hochgeladen und veröffentlicht und habe es mir dann irgendwann halt vorher noch mal angeguckt, dass ich das Ganze noch mal halt Korrektur geguckt habe. Aber in manchen Fällen hatte ich dann irgendwie, weil ich ja in meinem Kopf dachte, ah, ich bin fertig mit dem Ganzen, schon das Videoprojekt, also quasi dieses Bearbeitungsprojekt, diese Bearbeitungsdatei auf meinem PC gelöscht, weil die zum Teil auch unglaublich viel Speicherplatz ziehen. Und dann habe ich das Ganze Korrektur geguckt und gemerkt, shit, ich habe irgendwas total vermasselt, ich habe irgendwo die Farbkorrektur vergessen, ich habe das und das. Und wenn du dieses Bearbeitungsprojekt dann nicht mehr hast, ist das manchmal so viel Arbeit, gerade wenn zum Beispiel in einem Clip du dann gemerkt hast, dass du die Farbkorrektur vergessen hast. Und dann, das hatten Marco und ich letztens auch bei einem Video von ihm, also Marco ist mein Freund, und da mussten wir im Nachgang noch so versuchen, diese Farbkorrektur wieder gleich hinzukriegen. Und das kostet einem manchmal so viele Stunden. Also Learning, lösche deine Projekte wirklich erst, wenn du weißt, dein Video ist komplett fertig bearbeitet, dein Online-Kurs-Video, gerade beim Thema Online-Kurs auch, hast du dir nochmal angeschaut, du weißt wirklich, dass alles stimmt und dann erst löschen. Damit gewöhnst du dir auch so ein bisschen an, wenn das Video fertig ist, das direkt nochmal Korrektur zu gucken, dann passieren dir auch keine Fehler und dann weißt du einfach, alles ist tutti, alles ist top und du kannst das Ganze löschen und dann mit dem nächsten Projekt anfangen. Ein Fehler, der auch ein bisschen dumm war, was mir mal passiert ist, ich habe meinen ersten Online-Kurs damals Smart Posten gelauncht und habe dafür die Verkaufsplattform Elo-Page genutzt. Und ich habe meinen Launch groß gefeiert und es haben sich auch Kunden angemeldet und ich war richtig happy und dann habe ich so eine E-Mail bekommen, hä, ja, ich habe mich jetzt angemeldet, aber wo sind denn die Inhalte? Und ich habe einfach vergessen, meinen gesamten Kurs öffentlich zu stellen. Also ich habe meinen Kurs schon verkauft, aber die Kunden haben gar keine Inhalte gesehen und das hat mir so Panik ausgelöst, weil ich so dachte, oh mein Gott, jetzt wirkt das, als wäre ich eine Betrügerin oder sonst was. Und in Elo-Page, wenn du da einen Kurs anlegst, dann musst du tatsächlich die einzelnen Module einmal auf öffentlich schalten. Da gibt es oben links oder rechts, ich weiß es gerade nicht mehr, so ein Auge und da muss man quasi einmal anklicken, dass das auch sichtbar ist und das hatte ich vergessen. Also, aber mach dir auch da nicht so einen Stress, so was passiert halt mal. Ich habe dann den Kunden kurz eine E-Mail geschickt von wegen, hey, falls du dich gewundert hast, mir ist ein kleiner Fehler passiert, danke, dass mich jemand darauf hingewiesen hat. Jetzt ist alles online und dann war es gut. Da hat sich auch niemand beschwert. Wir sind alle nur Menschen, so was kann passieren. Von daher, mach dir da nicht so einen Kopf, dass all diese potenziellen Fehler passieren können. Meistens, wenn man den Fehler dann wirklich macht, ist es halb so wild, ist schnell behoben. Und wenn man dann merkt, man hat einen Fehler gemacht, kommt man ja auch viel mehr in diesen Action-Modus und kümmert sich halt schnell um eine Lösung und dann war das Ganze auch behoben. Ein Thema, was, glaube ich, uns allen ganz viel Angst macht in der Selbstständigkeit, ist das Thema Steuern und Fehler in Richtung Steuern zu machen. Und ich habe tatsächlich mal vergessen, meine Umsatzsteuererklärung abzugeben. Ich war damals noch Kleinunternehmerin und ich verstehe das bis heute ehrlich gesagt nicht so, aber anscheinend hatte ich in meinem kleinen Unternehmen damals trotzdem schon eine Umsatzsteuer-ID angefordert. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das damals gemacht habe. Und ich wusste nicht, dass, wenn man das macht, das Finanzamt anscheinend eine Umsatzsteuererklärung von einem fordert, obwohl man ja eigentlich keine Umsatzsteuer ausweist. Das war total komisch. Und dann habe ich vom Finanzamt so ein Schreiben bekommen, von wegen, das klingt dann immer gleich so richtig dramatisch, sie müssen das nachreichen bis dann und dann, sonst können bis zu xy.000 Euro Strafe drohen. Und damals ist mein Herz in meine Hose... Sagt man das so? Herz in meine Hose gut? Ihr wisst, was ich meine. Mein Herz ist explodiert vor Angst und ich saß da, habe völlig Panik geschoben. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon eine Steuerberatung hatte. Doch, ich glaube schon, habe ich sie angerufen und sie meinte so, Isabel, gar keine Panik, das kriegen wir hin. Und es war so schnell gemacht. Also selbst, wenn du mal einen Fehler machst und irgendwas vergisst, dann bekommst du ja Gott sei Dank eine Mahnung von wegen, hey, reichen Sie das bitte bis da und danach. Und dann kannst du das auch machen. Und natürlich ist es immer schön, wenn man alles pünktlich abgibt und von allem Bescheid weiß. Aber vielleicht nehme ich dir damit mal so ein bisschen die Angst, da ist auch nichts weiter passiert. Ich habe das dann einfach nachgereicht. Ich habe dann einfach diese Nuller-Umsatzsteuererklärung abgegeben, weil ich damals noch keine Umsatzsteuer ausgewiesen habe. Und dann war das Ganze auch erledigt. Also das war überhaupt nicht wert, dass ich mir so Panik gemacht habe und so in Stress verfallen bin, sondern ich hätte einfach ruhig bleiben können, mir diese Nachricht angucken können und sagen können, okay, ich rufe morgen beim Finanzamt an, frage die, was ich jetzt machen kann, mach das und gut ist. Aber ich finde gerade am Anfang der Selbstständigkeit, wenn da dann so steht, ich weiß den Betrag nicht mehr, aber im schlimmsten Fall müssen Sie 10.000 Euro Strafgebühren zahlen, dann denkt man sich ja so, hm, ich kann mir nicht mal gerade 100 Euro Gehalt auszahlen. 10.000 Euro ist eine Menge. So mittlerweile, wenn man ein bisschen länger selbstständig ist, dann baut man sich im besten Fall ein bisschen finanziellen Puffer auf, der eh schon für die Steuern zur Seite gelegt wird, wo man aber weiß, okay, dadurch habe ich im Worst Case, wenn jetzt mal irgendwas ist und jemand ganz schnell Geld von mir will, weil ich irgendwas richtig verbockt habe, habe ich halt zur Not ein bisschen Geld da, was ich erstmal nutzen kann und dann kann ich die Steuerrücklagen wieder auffüllen, wie auch immer du das machst. Aber das vielleicht nur als Learning, meistens ist es nicht ganz so schlimm, wie man denkt. Und wenn man sich generell so grundsätzlich um seine Steuern kümmert und irgendwie Ahnung von dem Thema so ein bisschen hat oder sich zumindest bemüht, so die Grundsätze wirklich richtig zu machen. Falls dir genau das fehlt, wir bauen übrigens im Projekt Was, wenn es klappt, gerade ein riesiges Steuerglossar auf, wo du genau diese Infos alle finden wirst. Wie melde ich mein Gewerbe an? Kleinunternehmer oder Umsatzsteuer? Wie funktioniert das alles? Wir sitzen da gerade dran, weil genau das am Anfang mir extrem geholfen hätte, weil ich so gar keinen Plan von nichts hatte. Und dann kamen so Wörter wie Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung. Und ich dachte so, wie? Ich darf meine Rechnung nicht mit Word schreiben? Wieso nicht? Habe ich gemacht? Habe ich nicht gemacht? All solche Sachen. Da arbeiten wir gerade dran. Also wenn du das als Hilfe brauchst, guck dir unbedingt unser Projekt Was, wenn es klappt, an. Das hat noch ganz, ganz viele andere, weitere tolle Vorteile. Aber ich glaube, allein dieses Steuerglossar, das haben wir auch untereinander schon gesagt, während wir das gerade erarbeiten, wird so ein Game Changer, weil das einfach so viel wert sein wird. Und ich hätte allein dafür am Anfang gefühlt sehr viel Geld ausgegeben, weil mir das so viele schlaflose Nächte genommen hätte. Also stresst dich bitte nicht so um das Thema Steuern. Geh das einfach entspannt an, bewusst an. Du solltest schon das ernst nehmen und die im Plan machen. Aber du brauchst auch nicht schlaflose Nächte deswegen haben und in Panik verfallen, dass du alles falsch machen würdest und morgen im Gefängnis sitzt. Weil es gibt auch viele Menschen da draußen, die die Selbstständigkeit schaffen, ohne vom Finanzamt verhaftet zu werden. Das war immer so die Angst in meinem Kopf. Ich habe tatsächlich auch mal was ziemlich Dummes verpeilt. Und zwar, das ist noch gar nicht so lang her, habe ich einfach in meiner Membership einen Live-Call vergessen. Ich hatte eine Zeit lang unsere Live-Calls in der Membership sehr verstreut. Das heißt, die waren mal sonntags, mal mittwochs, mal abends, mal morgens. Und dadurch musste ich mir das immer so sehr in meinen Google-Kalender eintragen. Und das war tatsächlich, als wir aus Australien nach Portugal geflogen sind, mit der Zeitverschiebung. Und dann war irgendwie Jetlag. Und dann habe ich einfach gedacht, ach, es ist ja Wochenende, ich muss nicht arbeiten. Und habe völlig vergessen, dass ich einen Live-Call gehabt hätte. Und dann haben so ein paar Kunden geschrieben, hä, findet der Call heute nicht statt? Und es war mir tierisch unangenehm. Und das war für mich aber auch nochmal so ein Learning, wo ich einfach gedacht habe, hey, du brauchst da mehr Struktur. Und das war wieder so ein typisches Beispiel, wo man einen Fehler macht und dann sich halt mal kurz hinsetzen muss, hey, was kann ich machen, damit ich diesen Fehler in Zukunft nicht immer wieder mache? Und da war bei mir einfach ein großes Learning, hey, wir brauchen mehr Struktur in unseren Call-Zeiten. Einerseits für mich, aber ich wollte auch, dass ich meinen Kunden ein bisschen mehr Routine gebe. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass wir ja so Wochen eingeführt haben. Das heißt, wir arbeiten dienstags, wissen wir, ist immer unser Coworking-Tag. Die Leute können sich auch an anderen Tagen zum Coworking verabreden, aber wir haben so einen offiziellen Coworking-Tag. Wir haben meistens Donnerstag oder Mittwoch oder Montag, aber es ist so ein bisschen wochenthematisch gegliedert, dass wir wissen, hey, in der Woche findet immer donnerstags noch ein Call statt, in der Woche montags. Und das hilft mir total, dass ich weiß, hey, diesen Fehler mache ich nicht nochmal, dass ich einen Call verpasse, weil das war einfach dumm von mir. Ich glaube, ein Fehler, den auch jeder am Anfang der Selbstständigkeit macht, ist, dass man Dinge zu persönlich nimmt. Und wenn einmal jemand kritisiert oder halt die Arbeit kritisiert, weil ich hatte am Anfang, ich bin Gott sei Dank nie so gewesen, da arbeite ich schon lange privat dran, dass man so wirklich nicht so irgendwie ausrastet, wenn jemand, also nicht, dass ich das jemals gemacht habe, aber so, dass man nicht so schnippisch antwortet oder so aus dem Ego-Moment heraus antwortet. Das ist bei mir irgendwie sowas, was ein großer Wert von mir ist, dass man irgendwie versucht, die Situation gut zu lösen für alle. Aber trotzdem trifft einen ja oftmals das eigene Ego, wenn irgendwie Leute deine Membership kündigen. Oder das war wirklich am Anfang bei mir so ein absolutes Beispiel. Und ich glaube, ich hätte das viel weniger persönlich nehmen dürfen, weil ich in dem Moment, wo Leute meine Membership gekündigt haben, das sofort auf mich bezogen habe und gar nicht gesehen habe, dass, hey, vielleicht passt bei denen gerade finanziell was nicht. Oder, hey, vielleicht haben die sich entschieden, dass sie doch nicht mehr selbstständig sein möchten. Oder manchmal sind das ja so die kleinsten Gründe. Und ich dachte immer, okay, ich habe scheiß Arbeit geleistet, okay, ich habe das schlecht gemacht. Und das hat mich dann so richtig runtergezogen. Und hätte ich einfach stattdessen Kontakt zum Beispiel auch zu der Person aufgenommen und gesagt, hey, ich habe gesehen, du hast deine Mitgliedschaft gekündigt. Magst du vielleicht mal kurz in einen Call mit mir hüpfen und mir erzählen, warum? Oder solche Sachen. Und einfach trotzdem selbstbewusst hinter meinem Produkt gestanden, hätte mir das, glaube ich, sehr viel so mentalen Ballast genommen und so Phasen, wo ich nicht wirklich produktiv gearbeitet habe, weil ich dann so mit mir selbst beschäftigt war. Und ich glaube, mittlerweile, das ist auch noch nicht immer so, ich merke das zum Beispiel bei unserem Was-wenn-es-klapp-Podcast, den ich ja jetzt noch mit meinem Freund zusammen mache, dass, wenn da Leute Kritik äußern, letzte Woche hat zum Beispiel irgendwie so jemand kommentiert von wegen, ha, die Frau, das war anscheinend irgendjemand, der uns nicht kannte, die Frau, die lacht immer so dumm und das ist so ätzend und damit kaschiert sie ihre Unsicherheit. Das war so ein ganz blöder Kommentar. Und da habe ich gemerkt, dass sowas mich schon auch noch persönlich angreift, weil das, glaube ich, so auf unserem Podcast reden wir halt so ein bisschen privater, persönlicher. Und ich glaube, das ist nochmal so eine andere Angriffsfläche, die man damit bietet. Aber so beruflich, so in diesem, ich gebe Tipps, ich helfe weiter, ich weiß, dass ich mein Produkt richtig geil entwickle und ich bin damit zufrieden und ich weiß, dass das richtig guten Mehrwert liefert. Dadurch habe ich irgendwie nicht mehr dieses, okay, ich fühle mich persönlich angegriffen und das war, glaube ich, ein Learning. Ich glaube, da muss jeder am Anfang der Selbstständigkeit einmal durch. Deswegen, ich würde es auch nicht so 100% als Fehler sehen, aber so dieses, sich selbst zu wichtig nehmen und alles immer auf das eigene, die eigene Persönlichkeit zu beziehen, ist einfach unnötig. Also versuch, das ein bisschen auszuschalten und wirklich so ein bisschen logischer daran zu gehen, weil wenn du jetzt irgendwie bei H&M eine Hosekacke findest oder Zalando oder was weiß ich, dann denkst du ja auch nicht, die Besitzer von dem Unternehmen sind kacke sofort, sondern du denkst halt, die Hose hat nicht gepasst, ich gebe die zurück, ich will mein Geld zurück. Von daher entspann dich da vielleicht auch mal ein bisschen. Generell habe ich mich am Anfang der Selbstständigkeit, glaube ich, auch oft ein bisschen zu sehr auf diese ganzen kleinen Fehler, die man potenziell machen könnte, fokussiert. Und das hat mich extrem eingeschränkt, weil ich immer dachte, ja, was, wenn ich aber das falsch mache und dann passiert mir der und der Fehler oder man könnte ja das und das irgendwie nicht riskieren, weil dann das und das passiert. Und versuch einfach mal ein bisschen weniger, ist ja auch das Motto von unserem Podcast, nicht immer in diesem, was, wenn das nicht klappt, zu denken, sondern was, wenn es klappt, zu denken. Das ist nicht nur das Motto des Podcasts, das ist auch das Motto von meinem Projekt, was, wenn es klappt, meine Business Membership, weil genau das einfach immer wieder das Thema in der Selbstständigkeit ist, warum es nicht klappt bei Leuten, weil man sich halt auch denkt, was, wenn das nicht klappt und sich auf diese ganzen negativen Seiten fokussiert. Und das habe ich auch viel zu lange gemacht. Und wenn man, glaube ich, ich finde, das sieht man auch immer extrem, so ein bisschen in Geschlechterrollen zwischen Männern und Frauen. Männer sind so viel selbstbewusster manchmal und ich glaube, die denken sich einfach, ja, ich habe eine Idee, was, wenn das klappt und gehen los, strotzen los und sind so, hi, hier bin ich, das ist meine Idee. Jetzt mal sehr grob in Geschlechterrollen gedacht. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass das häufiger so ist. Und Frauen sind dann immer so, ja, aber was, wenn mich die Leute nicht mögen? Was, wenn ich gar nicht genug kann? Was, wenn ich damit total doof wirke? Was, wenn dies, was, wenn das, was, wenn das nicht klappt? Und das muss man einfach mal ein bisschen zur Seite legen. All dieses, was, wenn das nicht klappt, ausblenden. Einfach denken, hey, was, wenn das klappt? Was, wenn das richtig geil wird? Und sich auf dieses positive Ergebnis, was man da irgendwie erzielen will, fokussieren. Ich könnte jetzt tatsächlich noch, wenn ich mir hier meine Liste angucke, sehr langweiter über Fehler in meiner Selbstständigkeit, in der Entwicklung von meinem Business sprechen. Das heißt, wenn du ein paar, zwei möchtest, gib dem Video super gern mal einen Daumen nach oben. Ansonsten würde ich sagen, verlinke ich dir jetzt hier an der Seite noch ein anderes Video, was du dir vielleicht direkt noch angucken kannst. Lass auch gerne einen Kommentar da mit Fehlern, die du vielleicht schon gemacht hast oder mit Fragen, die du an meine Fehler hast, die ich gemacht habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssi!